so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von road 96 also ich bin gespannt was uns jetzt hier als nächstes erwartet ich hoffe wirklich dass wir nicht schon wieder sterben das wäre echt peinlich irgendwie also das erste mal war ja schon wirklich peinlich und auch ein bisschen dämlich aber es musste halt sein das war notwendig und jetzt hoffe ich ist es nicht mehr notwendig durch einen beliebigen knopf das habe ich getan ist denn und mit ja auch ich habe keine ausdauer mehr ich habe keine ausdauer ich bin anscheinend ziemlich am arsch ich sollte mich dringend irgendwo ausruhen oder so ich bin ins koma gefallen und ich falle gleich ins koma ja ich falle ins koma bin ich tot werden die folge fängt mit meinem tod an ich bin am arsch die polizei hat mich scheiße ja komm ich hatte keine wahl ne ich musste zwei ausdauerbalken verbrauchen es ging nicht anders entweder zwei oder drei mehr ging nicht wer ist ein sowie ich hatte nur die wahl aus zwei und drei mehr ging nicht sage ich doch die folge fängt damit an dass ich tot ja gut ich bin verhaftet und nicht tot leck mich doch das kann doch nicht echt nicht wahr sein was soll das aber ich habe mir wege getan ein verlorenes leben ja toll habe ich anscheinend irgendwas verpasst scheiße leck mich am arsch das ist doch echt nicht gut ja wir sind schon wieder zurück ja es hat sich wahrscheinlich nichts geändert oder leck mich am arsch das gibt es doch nicht nein ich mag tyrak nicht weil der hat mich festgenommen das war seine schuld nicht meine leckere schuld nicht mehr was haben wir denn ok wir wurden jetzt gerade festgenommen weil hier so zu wenig ausdauer das heißt wir brauchen mehr ausdauer dann nehme ich ihn hier der hat viel ausdauer und relativ viel geld und wieder geile mucke 1900 kilometer ich muss wenigstens einen muss ich schaffen garten werden geladen wenigstens einer es kann doch bei echt nicht so schwer sein oh the first of happiness das geht so ich schätze nicht leute hören nie zu was ist mit deiner hand der ist ein foto kann ich mir deine fotos anschauen viele fotos das ist ein smiley mit kapattem spiegel ultimately mucke hier die mucke in dem game die ist so geil was wird das sein na 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 Ach du, schließe mal, da scheint ja nicht so viel Dünn zu sein. Dünnchen Brauche anscheinend erstmal nicht. Verdammte Scheiße, ist schon wieder einer drauf gegangen. Bin ich wirklich so schlecht in solchen Spielen? Hast du einen Tipp wie man die Grenze überqueren kann? Ja, nehm mal, das ist doch mal. Ich muss raus aus diesem Land, wenn ich Grenze überquere kann ich anderen helfen. Ich muss raus aus diesem Land ohne Scheiße. Okay. LKW und dann Vorsicht. Ich bin nochmal. Ah, das ist auch noch raus. Komm her! Komm her! Komm her! Papa Bear, got your ears on? Over. Ooh, that's Mama Bear, young wolf. We got a CB-type thing going on. I've never actually met her, but I think I'm in love. Hmm. Are you sure that she's alive? Are you sure? Hi beautiful. How's my CB crush doing today? Beautiful? Well, if you say so. I'm alright. But my boss is writing me about this illegal transmitter. That can I still not choose? It's me, kid. Guess the brigade's got a secret radio station? Honestly? I'm starting to think a ghost is moving it. Speaking of transporting, what are you hauling today, Papa? Something just as intriguing. Pineapples. Hmm. Young bud, it's going well. I'm gonna ask her out. Any advice? Just yourself. Mama Bear? Aren't you getting tired of talking like this? Oh, you... You don't want to talk anymore, Papa? No, no. What I mean is, we should meet in person. Look, we got a nice CB thing going on. But I got to meet you, Mama. Oh, I don't know, Papa Bear. Yes, you know it. What we have is nice. Then make it even better. But maybe it is time we met. Yeah. You're not messing with me, are you? No. Name the time and place. I'll be there. Yeah, man. Yes. He feels it. All right. All right. What is that? All right. All right. Okay. Ego-Shooter. All right. Yeah, yeah, yeah. Can't legally carry them on. So you have to shoot them with nails. The market is so... Yeah. Sonst geht's noch weiter. Moment, Moment. Ich will mich erst ein bisschen aufschauen. Sag ich doch. Eigentlich will ich von dem nicht stehen. Aber ich nehme das jetzt einfach mal mit. Was ist das? Nee. Oh ja, das war Geld. Oh, guck mal. Das ist da so supposed to be. Das ist aus wie ein Radio-Sindler. Haben die gerade nicht irgendwas über ein Radio-Dings gesagt? Ähm. Ich bin ein guter Schütze. Hoffe ich. I can't legally carry a firearm. You'll... Shoot the lock to open the doors. Alles klar. Jetzt kommt der. Jetzt kommt der. Oh ja. You think of a time and place? Youngblood. Think Mama Bear likes Seafood? Ehm. Jeder lebt Meeresflüchte. Ich hab keine Ahnung, man. Papa Bear? I'm here, darlin'. You like Dumbo? Damn! They're back! Oh no mercy! Hab ich nicht wahr. Mach dich fertig! Was wollt ihr, hä? Was wollt ihr, hä? Auf die Schnauze! Hä? 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 Oh ja. So sieht's nämlich aus. Ah. Okay. Okay. Get them off Buck Easter, youngblood! Was ist denn? Wie fühl ich nicht so? Ach so! Hah? Aha! Mach ich fertig. Mach sowas, mach fertig! Ich hab keine Chance. Ey, ich hab 7 FPS, man. Geh weg! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Attacke! Wann du wird da hinteröffnen? Da haben sie fast! Kann ich eigentlich ein Auto mit einer Magelpfasole kaputt schießen? Wie geht das? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Oh ja man! Bye bye! Oh yeah! Du sagst es man! Der Typ gefällt mir! Du hast es geschafft? Nice! Das ist ein verrücktes Leben. Das mit dem Sender konnte ich leider nicht nehmen. Oh ja, das hat viel Spaß gemacht. Viel Glück mit Mampa Bear. Das wage ich zu bezweifeln. Danke John! Also die Statistik spricht dagegen. Die Statistik sagt, dass ich immer verrecke. Oder verhaftet werde. Die Mucke, Alter. Die Mucke ist so nice. Ich werde es immer wieder sagen. Okay, John haben wir kennengelernt. 18%. Wir sind bei jedem eigentlich relativ gut dabei. Nur bei der Zoe nicht. Die haben wir irgendwo verpasst. So, zwei Ausdauer bei Mech. Ach! Das ist doch die gleiche Stelle, wo ich vorhin verhaftet wurde. Tja! Dieses Mal nicht, ne? Smiles like ten spirit. Eier, bis jetzt ist das Spiel super. Wo sind wir jetzt? Wohenwegen. Ja, nach der ganzen Action, jetzt brauche ich ein bisschen Ruhe. Das stimmt absolut. Weht Präsident Tyrek. Äh, wie sicher? Präsident Tyrek, alles klar. Ich mach einfach alle kaputt. Äh, die sieht ja lustig aus. Hoffnung für Petria. Präsidentschaftswahl in 1996. Jeweht für Veränderung. Wild is in Notoren Flores. Ganz ehrlich? Brauchen wir, glaube ich, beide nicht, oder? Vermisste Jugendliche. Wenn sie irgendwelche Informationen haben, rufen sie sofort an. 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Rufen sie 96 hier Stich? Ja, das haben, das haben wir schon. Und gerade mal 1000 Dollar, das ist ja fast nichts. Aber mich würde schon interessieren, was passiert, wenn wir das machen. Äh, Informationen über den Funksender der Brigade haben. Ne. Unser guter John hatte da zwei Funksender. Da sind die Pisser wieder, das ist das gleiche Auto. Ich knall euch nochmal ab, wenn ihr unbedingt wollt. Ist kein Problem, stört mich gar nicht. Also wir wissen jetzt, dass unser John vermutlich so eine Art Sender hinten bei sich geladen hat, aber ich verpfeife den nicht. Der Typ war so geil, ich verpfeife den ganz sicher nicht. Ich hatte so viel Spaß mit dem. Kannst du vergessen, dass ich den verpfeife. Oh ja, wie eine geile Mucke. Ja. Nice. Psst. Was gibt's? Das ist so ein schönes Götchen. Die sitzt einfach den ganzen Tag da und fragt fremde Leute, ob sie wählen gehen oder was. Hat keinen Sinn. Veränderung brauchen wir schon, aber ob das durch Wahlen bewirkt wird, ich weiß hier nicht. Was für ein Geräusch ich höre nur, die Katze. Das ist Mr. Bottles. No, Mr. Bottles. Don't be fooled. Dude is a wild man. Ja. Der Kitzchen. Sie wird anscheinend die Frau. Die considering ich Je Fell habe frem stuck in die Peach famous famous spe Qurf樣 mit dem宮illon. Moment, ich glaub ich sollte hier mal in Praise Show eine Option machen. weil irgendwie... Außerdem will ich noch ein bisschen Musik hein. Irgendwie läuft das nicht so richtig bei mir. Aber welches Spiel läuft denn schon richtig bei mir? Ähhh.... Grafik hoch... Ganz ehrlich, die Grafik ist hier sowieso nicht die beste. Also sie ist nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht besonders krass. Okay, ähm. Das tut Qualität. Ja, das machen wir. Alter, ich kann das gerade irgendwie nicht richtig steuern. Moment. Jetzt scheint es schon besser zu gehen. So, jetzt scheint es viel besser zu gehen. Und es hat sich kaum was an der Grafik geändert. Also brauchen wir das nicht unbedingt. Was habe ich denn jetzt? Ähm. Unbegrenzt. Was ist unbegrenzt? Framerate, Begrenzung. Ja, wer braucht das schon? Ja, das passt so. Das ist in Ordnung. Grafik niedrig. Ja, vielleicht nicht ganz niedrig. Haben wir so Mittel? Haben wir sowas? Normal. Ja, normal. Nehmen wir normal. Hallo? Okay, normal geht auch nicht. Gut. Normal geht auch nicht. Ja, dann lassen wir es niedrig. Mein PC ist halt einfach schon alt. Das muss ich langsam mal akzeptieren. Der ist halt einfach schon sehr, sehr alt. Ey, jetzt habe ich wieder das Problem. Und ich möchte mir keinen neuen kaufen, solange wie der noch funktioniert. Niedrig. Mit Niedrig fahr mal gut, würde ich sagen. Hallo? Jetzt. Das gibt es ja nicht. Okay, ich brauche wieder die Maus. Mit der Maus klappt es irgendwie besser. Niedrig, normal, hoch. Ja, bleiben wir niedrig. Passt schon. Wie gesagt, die Grafik hier ist eh nicht so high-end-mäßig, sondern eher zweckdienlich. Aber das passt. Ich finde das gut. Spielt jemand Musik? Ich schaue mich erstmal hier um. Die Musik in diesem Spiel ist einfach so krass. Ich kann es nur immer und immer wieder sagen. Die ist einfach so geil. Das haben wir jetzt eigentlich schon alles an Kassetten gefunden. Wo sehe ich das? Äh, nee. Fortschritt. Sammlerstücke. Sammlerstücke. Was haben wir da? Nicht schlecht. Moment. Ich hoffe, da gibt es irgendwo im Internet eine Playlist oder so. Geil, einfach nur Hammer. Hammer. Bam. Okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay. War ich doch gerade nicht, oder? Oder war ich hier gerade? Ja. Go vote. Ja, wenn du unbedingt willst, da macht es. Ja, wenn du unbedingt willst, da macht es. Entschuldigung, hast du etwas Kleingeld? Tut mir wirklich leid, tut mir leid, aber hast du etwas zu essen für mich? Ich glaube, wir brauchen jetzt eher etwas zu essen. Niederlage, scheiße. Kann ich nochmal? Nee. Ah. Ja. Ich hätte nicht so meinen Glückstag. Einfach nicht meinen Glückstag. Oh. Oh. Hätte ich fast übersehen. Ich glaube, wir müssen zu der Musik, weil die ist nicht schön. Ich werde noch tausendmal sagen, dass mir die Musik in den Spielen gefällt. Hey. Hey. Das geht ja ab. Ach, das ist sie. Okay. Was ist hier los, heiler? Ganz ehrlich, genau das hätte ich auch gemacht. Dann halt die Schnauze. Ah, du hast keine Beweise, Mann. Du hast keine Beweise, also halt die Klappe. Klar weiß ich das. Nein, das mache ich tatsächlich privat auch ganz gerne. Sterne anschauen. Boah, leck mich am Arsch. Alter. Ach, du Scheiße, sind das viele Sterne. Na, das mache ich privat auch ganz gerne, weil der Sternenhimmel ist echt schön. Die kann man sich ruhig mal geben. Solange wir, wie wir den noch haben. Bis es nicht zu gemütet ist und so. Ähm... Cool, also man sieht es. Ja, ich bin schon zweimal draufgegangen. Na gut, einmal verhaftet, einmal draufgegangen. Riecht nach Fußpilz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Fußpilz ist. Kannst du nicht wieder Trompete spielen? Hm. 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 Das wird mir jetzt den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ich glaube, das ist nicht der Tanzintegral. Das ist ganz sicher nicht der Tanzintegral. Wunderbar. Ey, Fernseher ausschalten. Halt die Klappe, kleines. Ich kann ja mal fragen, ne? Sorry, Ged. Spend it on the boon. Dachte ich mir schon, aber wie gesagt, man kann ja mal fragen. There's some cardboard right there. But I gotta warn you, I'm a snorer. So, da. Okay, da kann ich umsonst schlafen, weil wir haben nicht Geld. Aber zwölf Mäuse, das ist nicht gar viel. Ich gehe gleich zum Tanzenden Galabar. Erstmal schaue ich mich hier ein bisschen um. Okay, da ist wieder nichts. Ich sollte mich vielleicht generell ein bisschen besser umschauen, weil hier könnte viel versteckt sein. Könnte, muss nicht. Wer bist du? Dann, willkommen zu Paradies. Du hast noch Geld? Leider nicht. Ich würde dir gerne was geben. Oh, well, ähm. Ich hoffe, du hast die Börse und all das. Ich würde dir sehr gerne was geben, aber leider habe ich selber nicht so viel. Ich hätte nämlich schon gerne ein bisschen, ein bisschen money. Das ist 191.9, die Voiz der Brigade. Das ist dein Papa Baby hier. Papa Baby? Mit der kommenden Verabschung der Wahl, mehr und mehr Länder kennehen für die Resignation des Tyrantes. Ich meine, Tyrak. Aber will er runtergehen? Natürlich nicht. Das ist warum, liebe Zuschauer, wir müssen diesen Mann und seinen Regierungen so viel wie wir können. Und jetzt, hier ist ein Tum von einer neuen Band. Remember, Papa Baby loves you. Du hast die Radio outside, Demi. Turn it off before you get us arrested. Ich muss mich auf einmal aufhören, so. Demi, was habe ich gesagt, über die Radio? Turn it off! Es ist nicht ich, ich versuche. When you left an open door... Okay, das reicht schon. Natürlich ist die Musik hier wunderschön, aber ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nur Musik hören. Anwenden Sie Informationen? Okay, über die Brigade haben. Alles klar. Ihr könnt mich mal. Nö. Ich verrate meinen Papa Bär nicht. Schon wieder? Ich schaue mir trotzdem alle Plakate an, weil man weiß ja nie. Okay. Ich brauche einen Code. Go vote. Ja, wie gesagt, muss nicht unbedingt sein. Oh, gegen die Haustür. Gegen die Haustür. Haha. Nochmal, nochmal, nochmal. Ich bin's. Nicht getroffen. Nochmal, nochmal, nochmal. Komm schon. Ich will nochmal dagegen täten. Oh, da ist ja noch ein Dairon-Poster, sehe ich gerade. Moment. So. Ich will nochmal hier gegen die Tür. Nein, 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 nein. Nicht weiter weg von der Tür. Ach, leck mich doch. Ja, komm. Scheiß drauf. Lassen wir den Ball einfach liegen. So. Ja, und die Woche ist jetzt vorbei. Ich weiß ja nicht, worum es geht, aber ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich wollte noch zu dem tanzenden Typen, genau. Zum tanzenden Karl. Einfach mal kurz mit dem schnacken. Tanzen der Karl, was geht ab? Oh ja, Mann. Dance Battle. Yes, Mann. See what I mean, about not being able to dance with me? What? I can't hear you over the music. You don't need a scream. Go talk to the owner. In his office. Ja, okay. Der erzählt mir eigentlich nur das, was ich schon gehört habe. Ich denke, ich denke zumindest, dass es ist. Das hat mich nicht verlaufen. Ich mache sie alle kaputt. Ich mache sie alle kaputt. Oder so viele, die ich halt kann. Ach, das sind immer wieder die gleichen Brustdorne. Ist hier irgendwie Geld? Getränke, Wasser, Softdrink, Müsl, Müsliriege. Nee, ich habe keine Kohle. Ich habe keine Kohle. Ich habe keine Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Was ist hier? Kann mir jemand noch Geld geben? Boah, Alter, wie ich gegen die Tür hämmer. Okay. Den Code, wie es aussieht. 4166. Wer ist das auf dem Bild? Ja, ich habe dich gesehen. Ich will nochmal klingeln. Ich konnte mich widerstehen. Ich will nochmal klingeln. Auf meinen Gründen? Definitiv nicht. 25 und 50. Der Code ist 4166. Bin ich mir ziemlich sicher. 4166. You don't know where you're going, do you? Code eingeben. 4166. Jawohl. Hütte sich doch gut an. Oh ja. Nice. Alles durchsuchen. Geld nehmen. Dankeschön. 45 Dollar plus. Danke. Hier ist nix. Sonst noch irgendwas? Nee, scheint nicht so. Naja, ansonsten ist hier wohl nix. Gut. Geh mal wieder. Okay, ähm, ich würde aber sagen, das war's dann hier für die Folge schon wieder. Äh, ich hoffe natürlich mal wieder, dass es euch unglaublich viel Spaß gemacht hat. Mir macht's auf jeden Fall immer noch Spaß. Vor allem war diese Folge jetzt, naja, zumindest am Ende war sie ein bisschen grüiger, ja? Und das tut auch mal ganz gut. Naja, ähm, ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge nicht wieder direkt am Anfang drauf gehen. Und, äh, falls ihr wissen wollt, ob ich das überlebe oder nicht, dann kommt auch in der nächsten Folge wieder vorbei. Vor allem, wenn's euch Spaß gemacht hat. Aber wenn nicht, dann kommt auch wieder vorbei. Kommt einfach immer wieder vorbei. Und bis dahin sag ich einfach mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.